Hallo YouTube, willkommen zum coolen neuen Video zu Assassin's Creed Mirage. Heute soll es mal um alle 10 Scherben gehen und was wir von denen bekommen. Wenn wir den diesen Geheimagenten abluxen vom Orden, denn wir können ja auf der Map 10 Scherben finden und durch eine Geheimmission von Mihal, unserer Kollegin, die uns darauf aufmerksam macht, können wir die auch gegen coole Items eintauschen. Die meisten sind in der Stadt, 8 davon, 2 in der Wildnis. Ihr seht hier die 10. Die ist ganz wichtig, wenn ihr die nicht gefunden habt. Die ist ganz im Westen, in Djarjarja, in dieser Stadt außerhalb. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, wenn ihr die noch nicht habt. Hier sind so zwei Elite-Gegner, die könnt ihr aber auch relativ gut ausschalten, vor allem mit der Standardrüstung, die uns ja unsere Attentäter leiser macht. Dann haben wir wie gesagt 8 in der Stadt. Da müsst ihr einfach nur in verschiedenen Bezirken hin und hergehen und da die Scherben finden und eine finden wir auch an dem Ort, wo wir die Mission bekommen, in unserem Prolog, in unserer Prolog Heimatstadt ganz im Norden. Und dann haben wir schon alle 10 Scherben. Wie gesagt, die eine, die ich hier gezeigt habe, ist vielleicht die, die am trickiesten ist. Und dann seht ihr nochmal hier die Mission von Mihal. Und wir werden ja auf diese Oase hier im Norden aufmerksam gemacht und in dieser Oase befindet sich natürlich ein Geheimgang und dort müssen wir im Endeffekt runterschwimmen. Das heißt, einfach in die Oase rein, einmal abtauchen. Dann können wir hier durch diesen Geheimgang rein und alle unsere Scherben eintauschen. Es gibt jetzt kein großes Rätsel oder so, das sind einfach nur Items, die wir dann bekommen. Aber wir werden uns gleich auch mal angucken, was wir dann im Endeffekt alles erhalten und wie gut das im Endeffekt ist, ist schon ziemlich nicer Stuff. Genau, und hier zwischen diesen Felsenspalten rein, das dauert schon ein kleines bisschen, bis ihr dort angekommen seid. Aber allzu lange sollte es auch nicht mehr dauern. Dann hier vorne auftauchen. Und dann haben wir noch so ein kleines Jump'n'Run, so einen kleinen Parcours, den wir lang gehen müssen, an solchen Felsen entlang. Zum Beispiel durch diese Felsspalte und hier einmal am Rand hoch. Und dann kommen wir auch schon gleich in den versperrten Raum, beziehungsweise den Raum, wo uns alle Items gezeigt werden, die eben noch versperrt sind. Ist so ein bisschen ähnlich, ist ja auch angelehnt noch an Origins, wo wir auch sowas ähnliches hatten. Und dann seht ihr hier gleich hinter diesem Loch die drei Items, die wir finden können. Und hier diese drei Portale, beziehungsweise diese drei Lichtschranken und eben auch die Terminals, wo die freischalten können. Das hier rechts für das Schwert braucht drei Scherben. Die Montur in der Mitte, dafür brauchen wir tatsächlich fünf. Und den Dolch links können wir auch schon freischalten, wenn wir nur zwei Scherben haben. Also das könnt ihr auch schon machen, wenn ihr noch nicht alle zehn habt. Ich mache das hier trotzdem erstmal gleichzeitig. Ich finde es ja immer noch am besten, wenn man dann eben alles gleichzeitig freischaltet und ja, dann das komplette Set hat. Denn wir erhalten hier altertümliche Stuff, altertümliche Ausrüstung, der schon ziemlich nice ist. Und jetzt gucken wir uns das im Inventar auch nochmal an. Ihr habt gerade die Nähannahmen alle schon gesehen. Und wie gesagt, wir haben jetzt drei weitere Items, die sind auch schon automatisch auf legendärer Stufe, also Stufe 3 upgradeet. Und als erstes erhalten wir eine sehr, sehr coole Sci-Fi-artige Rüstung, Milaz Montur. Damit können wir, wenn wir Luftattentate machen, Blitzschläge ausführen. Super cool. Dann gucken wir, was wirklich so stark ist oder ob dann andere Monturen trotzdem noch solider sind. Das Aufsehen ist auf jeden Fall mega. Dann haben wir aber ein sehr, sehr starkes Schwert. Ich versuche es nicht auszusprechen, aber wir halten für 50% weniger Leben. 15% mehr Schaden, wie die verfluchten Daffen in Origins. Super cool, weil wir sowieso sehr schwach sind. Und dann hat jeder Schaden besser wie Widerstandsfähigkeit. Und der Dolch gibt uns ein bisschen Lifestyle pro Pläge. Pro fünf Schläge halten wir 10% Leben. Super, super cool auf jeden Fall auch. Und diese super krassen Items bekommen wir also mit den Scherben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und dann bis zum nächsten Assassin's Creed Mirage Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.